kann es mir nichts mehr sagen schade ich hätte gedacht ich kann jetzt informationen sammeln wo die denn ist das einzige was mir jetzt einfällt ist von den waffenschiebern das tor knacken dass sie da drinnen steht das ist mir komisch oder ich habe mal in die richtung aber die pfeile ändern sich stark wenn ich hier rüber gehen wenn ich mal den pfeil hier verfolge unten halt auf der karte ich will nach unten schaue ich jetzt dorthin verdammt noch mal ist das verwirrend okay ich gehe einfach mal in die richtung ich bin froh wenn ich aus freeside draußen bin oder wenigstens zum strip kommen oder sowas weil das hier ist das reinste chaos für mich wie läuft's dixon hier müsste jetzt eigentlich mal was sein sieht schon mal gut aus ich habe hier auch wen auf der markierung du bist der einzige person die noch nicht hatte man hallo ihr gesicht habe ich hier noch gar nicht gesehen oder sind sie ein bürger der rnk kommen sehr dieselben fragen ja normalerweise würde ich ihnen ja glauben aber in letzter zeit hatten wir immer wieder lügner die nur behaupteten bürger zu sein aber ich habe eine ziemlich simple methode entwickelt um herauszufinden ob sie lügen haben sie etwas gegen einen kleinen test ich glaube ich passe lieber dann entschuldigen sie die störung ähm kann es sein dass hier eine andere mission irgendwie aktiv ist ich habe doch hier draufgeklickt bam 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 ähm ich will das hier finden also ich habe hier zwei punkte ich kann zum lager gehen dann gehe ich halt zum lager also hat es keinen sinn bin ich hier richtig ja wieso winkst du mir soll es in der falle sein was ist fließheitsschläger schau sie mal da zwischen den mülltonnen dort wer ist das ein freund von ihnen oh schau eine leiche ich sollte lieber verschwinden ich habe mir noch gar nicht hinschauen können wer ist das die letzte person die dumm genug war mir in diese gasse zu folgen los geht's jungs denn macht spaß nimm das ah ok so kann man einfach geld verdienen hallo springmeister naja einheimischer an der mülltonnen ist doch gar nichts aber ihr habt nichts wertvolles bei euch man seien ihr für schläger seien ihr schlecht organisiert das sind schläger die ich je gesehen habe ich habe keine munition fast keine mehr ja so kann man auch schläger eliminieren nach ich muss ja in die richtung aber da komme ich glaube ich nicht weiter also in freeside gibt es viele böse leute da komme ich auch nicht weiter komme ich denn hier weiter aber da habe ich noch viel munition macht ihr meine waffe kaputt oder schlechte munition oder was bist du munition äh zustand mal 0,85 das scheint schlechte munition zu sein oh ja die ist ziemlich schlecht denke ich mal ne die verliert allgemein so schnell an zustand waffenzustand erledigen sie ihre einkäufe im mick & ralphs äh man oh schreier habe ich letztes mal irgendwie gesagt schreiner oder so ich glaube schon schreier auf jeden fall hallo das mick & ralphs finden sie direkt vor dem ost tor ja ja sehr schön ja sehr schön ich will jetzt das mal hier finden muss er jetzt hier durch oder nicht ne stimmt ich kann mich erinnern ich habe glaube ich einmal als schreiner gesagt ich weiß noch nicht warum ich will ich will mge 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 bomm 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 immerhin schon mal eine schöne rüstung an die mich schützt vor kleinen schlägern freeside nein will ich nicht also hier ist auf jeden fall der ganze abschaum das merkt man schon außer wir natürlich pack mal die waffe weg ja dann machen wir halt nicht das optionale wenn es nicht geht wenn es nicht mal markiert ist hallo hallo erfordert schlüssel kann ich mit dem reden oh wie lautet das kennwort ähm sprach 2060 kommt schon jungs ihr könnt mich doch reinlassen oder oder keine ahnung dann gehen sie woanders hin speichern halt wie lautet das kennwort mehr habt ihr nicht drauf keine ahnung ich würde sagen dass sie dann hier nicht reinkommen oder ich will aber halt wie lautet das wenn sie es so ausdrücken nein außer sie wissen das kennwort wissen sie das kennwort dann gehen hä also ich habe jetzt die möglichkeit ich kann hier hin dort weiß ich das kennwort nicht ich habe die möglichkeit hier hin ich soll irgendwie erraten richtige fragen finden und so oder ich kann hier hin und auch raten damit die richtigen fragen bekommen das kann es echt nicht sein ähm dann machen wir halt mal das hier ja warum ich komme doch da nicht rein ist doch viel zu teuer naja ich könnte schon die frage ist halt muss ich jedes mal 2000 kronkorken zahlen wenn ich dort hin will oder wieder weg ich würde ja gerne das hier machen erstmal herumfragen warum die rnk soldaten in freeside sind habe ich noch eine rnk kleidung dabei das wäre mir jetzt ziemlich nützlich natürlich habe ich keine rnk kleidung dabei sonst könnte es nämlich sein ich könnte dorthin ich könnte mir meine wieder aus dem haus holen aber bis ich dort bin dauert ja ewig dorthin komme ich jetzt nicht uuuh ist aber auch nur eine vermutung mit dem das meiste wiederholen kann ach man ach das wissenschaftliche buch habe ich noch gar nicht genommen ich will dorthin die Untertitelung des ZDF, 2020